Für alle, die wertvolle Ernährung lieben. Die Kropvitschmühle in Klagenfurt liefert bestes Mehl aus Kärnten. Seit 1875 wird in der traditionsreichen Mühle hochwertiges Mehl hergestellt, das für seine Reinheit und die hervorragende Backfähigkeit bekannt ist. In Absprache mit den Bauern aus der Region werden hier nur die besten Weizen- und Roggensorten für eine sorgfältige Weiterverarbeitung angebaut und zum Mehl verarbeitet. Durch eine schonende Verarbeitung bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe wie Eiweiß, Vitamine und Ballaststoffe optimal erhalten. Kropvitschmehl eignet sich besonders gut zum Kochen und Backen und ist ideal für Germ- und Strudelteige, Pizza und alle anderen Backvorhaben. Aus den Kropvitschvollkornmehlen gelingen ebenso schmackhafte wie vollwertige Backwaren. Die Kärntner Spitzenprodukte der Kropvitschmühle werden darüber hinaus auch zu vielfältigen Spezialprodukten verarbeitet, die in Bäckereien und der Lebensmittelindustrie Verwendung finden. Denn Kropvitschmehl ist bestes Mehl aus Kärnten.